Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um Booleans und Vergleichsoperatoren. Ja, Vergleichsoperatoren haben wir das letzte Mal schon ein paar kennengelernt, zum Beispiel dieses Gleichgleich. Ein kleiner als und ein größer als. Könntet ihr euch wahrscheinlich auch denken, dass wir das irgendwie letztes Mal alles schon hatten, als es um die If-Abzweigung oder Verzweigung ging. So, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz diesen Boole vorstellen. Er wird oftmals mit Boole abgekürzt, heißt aber offiziell Boolean. Boolean war der Kerl, der das Ding erfunden hat. Das ist tatsächlich ein Speicher oder ein Datentyp, der wirklich nur ein einziges Bit braucht. Ein einziges Bit, aber das Problem ist meistens, dass in eurem Speicher nicht wirklich auf ein einziges Bit zugegriffen wird. Aber das macht dann die jeweilige Programmiersprache relativ intelligent und belegt zum Beispiel für 8 Booleans ein Byte oder sowas und greift dann auf die Dinger einzeln zu. Aber gut, dazu brauchen wir eigentlich nicht so viel. Wir haben ein Bit Platz. Das heißt, ein Boolean kann tatsächlich entweder nur 1 oder 0 sein. Oder andere Schreibweise, er kann true, also 1 sein. Oder er kann false oder auch 0 sein. Das heißt, wahr oder falsch. Und wenn wir jetzt nochmal zurück an diese Ifs denken, die wir hatten, zum Beispiel if x gleich y, dann macht hier irgendwas. Da haben wir auch so einen Wahrheitswert. Das ist entweder 1, es ist wahr, oder es ist 0, also falsch, also false. Das heißt, das hier bedeutet wahr, also 1 ist wahr. Und das hier wäre in dem Fall jetzt gerade false, weil 49 ist offensichtlich nicht gleich 42. Das heißt, in Booleans speichert oder könnt ihr eure Wahrheitswerte vom Überprüfen speichern. Das ist ziemlich cool. Normalerweise schreibt sich das eben bool. Sagen wir einfach mal bool Wahrheit ist gleich. Und jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten, was wir machen wollen. Zum Beispiel, wir sagen einfach, okay, es ist x gleich gleich y Semikolon. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch wirklich so einen Vergleich durchzuführen. Das ist, als hätte ich jetzt hier hingeschrieben x plus y und hätte hier ein Integer gehabt. Das ist quasi ein Operator, der mich hier reinschreiben lässt. Also ich vergleiche die beiden Dinger und schreibe das Ergebnis in meinen Boolean namens Wahrheit rein. Also ganz normaler Datenspeichertyp. So, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier reinschreiben, zum Beispiel einfach Wahrheit. Wahrheit und jetzt prüft es, ob Wahrheit wahr ist, also ob das Ding hier true ist. Und true ist es genau dann, wenn x gleich y ist, also wirklich die beiden Werte gleich sind. Und wenn es false ist, dann wird dieses if nicht durchgeführt. Das heißt, ihr könnt jetzt hier bei euren ifs mit Booleans arbeiten, sprich mit Wahrheitsvariablen. Das ist ziemlich cool und sehr, sehr praktisch. So, jetzt noch zu diesen Vergleichsoperatoren hier. Wir haben es letztes Mal schon kennengelernt, wir können ein Größer und ein Kleiner, beziehungsweise gerade andersrum, das ist das Größer, das ist das Kleiner benutzen. Sprich, wenn jetzt hier x gerade kleiner ist als y, dann wird hier true reingeschrieben. Wenn x aber größer ist als y, was es hier tatsächlich gerade ist, dann wird hier false reingeschrieben. Dasselbe geht natürlich auch noch mit einem kleiner gleich oder einem größer gleich. So sehen die eigentlich in quasi allen Programmiersprachen aus. So, das gleich sieht normalerweise immer so aus. In manchen seltenen Sprachen ist es auch mal so. Also wirklich sehr selten, aber eigentlich ist es immer ein Doppelgleichheitszeichen. Okay, so und dann gibt es natürlich noch ein weiteres, wenn es eine Gleichheit gibt, dann gibt es auch eine Ungleichheit. Und das bedeutet so viel wie, hey, ich möchte prüfen, wenn x anders ist als y, dann kommt da war raus. Und wenn es aber dasselbe ist, dann kommt bei diesem Operator falsch raus. Und das schreibt sich oftmals als Ausrufezeichen Gleichheit. Das bedeutet, ist es anders, dann kommt hier war raus. Das heißt, hier würde jetzt war rauskommen, weil 49 offensichtlich nicht gleich 42 ist. Wenn wir jetzt aber hier auch nur 42 reinschreiben, dann kommt hier falsch raus. Weil 42 ist gleich 42, sprich es ist nicht ungleich. Und das ist so ein bisschen Gehirngewurschtel, das ist ein bisschen komisch, aber man kann damit arbeiten, finde ich. Also, ja, genau. Okay, oftmals schreibt sich das auch mal als sowas hier, also ungleich. Das ist genau dasselbe Ungleich, was wir auch schon gesehen hatten. Oder manchmal in Lua, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass wir das schreiben. Das ist auch ungleich. Aber normalerweise, wie gesagt, schreibt sich das als Ausrufezeichen, also Ausrufezeichen Gleich. So, und dann haben wir noch einen weiteren Operator. Da brauchen wir aber einen weiteren Boolean dazu. Boole, äh, Falschheit, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist gleich. So, und der braucht einfach nur einen Boolean Wahrheit. Also, ich meine, ich kann natürlich wieder hergehen und sagen, ich weise meiner Falschheit die Wahrheit zu. Dann steht genau dasselbe drin. Also, wenn hier True drin steht, steht auch in Falschheit True drin. Ähm, aber ich kann ihn auch umkehren und das mache ich normalerweise mit einem Ausrufezeichen. Sprich, ich negiere das Ding hier. Das nennt sich negieren, also einfach umdrehen. Wenn hier Wahr drin steht, steht hier Falsch drin. Wenn hier Falsch drin steht, steht hier Wahr drin. So, ähm, und damit kann ich jetzt genauso arbeiten. Das heißt, ich kann hier auch ein Not vorne dran schreiben. Und das heißt, das Ding hier wird wahr, wenn Wahrheit falsch ist. Dann muss man sich, das muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ist so ein bisschen Gehirngewurschtel wirklich, aber arbeitet damit ein bisschen und ihr werdet euch dran gewöhnen. Ähm, und ja, das dreht sozusagen einfach meine Wahrheit einmal um. Okay, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Das waren die Wahrheitswerte und die Booleans. Booleans sind wirklich sehr, sehr effiziente Datentypen, da wir nur True oder False drin speichern. und die als 1 oder 0 darstellen können, brauchen wir wirklich nur ein einziges Bit in unserem Speicher zu belegen. Und das braucht wirklich, ja, ihr wisst ja, wie viele Megabyte ihr an Speicher oder Gigabyte eigentlich sogar, ihr an Speicher habt. Da könnt ihr euch mal zusammenrechnen, wie viele Booleans ihr da tatsächlich reinschreiben könnt. Okay, super. Und dann war's das von meiner Seite wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.